So, ich werde es wohl doch noch in diesem Part zu Ende machen. Wir holen jetzt also erst einmal... Also, man kann hier direkt zu den einzelnen Dings fahren. Da sind wir gerade. Wir sollten jetzt nach vorne rückwärts, rechts hier drehen. Hier kann man hoch und runter fahren. Das Ding ist jetzt gerade drin. Weil jetzt die Feinde auftauchen und die jetzt so schlimmste Einladung haben. Und das hat dann vom Grunde. Das kann einem also durchlaufen. Ich muss hier ein bisschen weit holen. Ich denke, sollte man hier immer speichern. Ich mache das jetzt mal einfach. Man kann das ja auch anders benennen. Ich nenne das jetzt mal einfach. Let's play 2. Und save game. Weiter. Jetzt kommt gleich da hinten auf meine ich mal. Jetzt kommt man da so nicht drauf. Jetzt mere ich mal so etwas Aufgeben. Jetzt kommt man davon rein. Aber man hat hier eine andere. Wenn man sich da hinten befindet. Hier wieder zurück zu laufen. Dann kommen die Trampe runter. Du willst mal die Trampe unter? So, dass man da immer wieder zurückkommt, auch wenn man mal da runtergepitscht wird. So, jetzt drücken wir mal direkt, bevor wir 2 fahren, dann fährt wir direkt zur Station 2. Also bis dann so. lights Immergesch utiliziere! Hier. contratie Start 1? Wulated to beten das hier? Ich glaube, dass die Panz 1 oder 4 soll. attempting Ach, hier sind wir eben schon gewesen. Und man kann das hier halt recht gut erkennen. Da waren wir schon. Da kommen wir noch nicht rein. Okay. 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 Was ist das passiert? Das ist schon... Was ist das? Das war's. 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 Das war's.